Ein weitaus größeres gesundheitliches Problem als der Hirnschlag ist hier auf La Gomera der Steinschlag. Unter diesem Felsen zum Beispiel liegt ein 45-jähriger Tourist, der hinterlässt drei Ehefrauen und fünf Schwiegermütter. Eine kurze Schweigeminute ist hier angemessen. Danke. Hier finden wir die Maus nicht, um das Ganze zu beenden. So, sehr schön. Wo ist die Maus? Da ist sie. Ein bisschen herriger. So. So. So.